Begrüßen Sie mit mir Professor Udo Jürgens mit Aber bitte mit Zahnen! Sie treffen sich täglich um Viertel nach drei, oh oh oh, am Stammtisch im Eck in der Konditorei, oh oh oh, und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet, auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahnebesee. Auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane, aber bitte mit Sahne! Sie schwatzen und schmatzen, dann holen sie sich, oh oh oh, noch Buttercreme, Torte und Bienenstich, oh oh oh, Sie pusten und frusten, fast geht nichts mehr rein, nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein! Bei Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane, aber bitte mit Sahne! Und das Ende vom Lied hat wohl jeder geahnt, oh oh oh, der Tod hat reihum sie dort abgesahnt, oh oh oh, die Hinterbliebenen fanden vor Schmerz keine Worte, Mit Sacher und Linzer und Marzipan-Torte, hielt als letzte Liliane getreu noch zur Fahne, aber bitte mit Sahne! Doch auch mit Liliane war es schließlich vorbei, oh oh oh, oh oh yeah! Sie kippte voll Stuhl in der Konditeurei, oh 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 oh, auf dem Sargabstatt-Kränzen verzuckerte Torten, Und der Pfarrer begrub sie mit rührenden Worten, dass der Herrgott den Weg in den Himmel ihr bannet, Aber bitte mit Sahne! Noch ein Tässchen Kaffee! Noch ein kleines Baiser! Oder soll es vielleicht doch ein Keks sein? Professor Udo Jürgens, aber bitte die Zahne! An den Charmander-Chor Silvia Knaus und Ingrid Wagner. An den Geigen Willi Kempz und Claudius Durmeyer. An Bass Herbert Baumgartner. An Schlafzeug Gottfried Lager. An den Trophäten Wolfgang Nass und Philipp Orell. An der Posaune Carlo Pranger. An der Edilare Karl Stindl. Und am Keyboard Ewald Zuppan. Und als Professor Udo Jürgens-Heimo Machsteiner. Applaus An cra Caesar Infos.